Hey Leute, willkommen zurück zu Diluvion. An der Quelle der Ehre geht's weiter. Ach, ist es hier schön. Guck mal, so ganz idyllisch. Ein Kunstkenner. Welche Häuser sind das? Haus Spirios und Haus Kubri sind die mächtigsten. Es gab noch andere große Häuser wie Haus Morgensonne, aber sie wurden entweder von anderen oder durch interne Machtkämpfe zerstört. Alles klar. Shay Ford, willst du dich uns anschließen? Mein Vater hat gedreht mich zu enterben, wenn ich keine Arbeit suche. Ich bin überzeugt, dass ich innerhalb weniger Jahre zum Offizier aufsteigen würde. Ja, 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 ja. Intelligenz und Stärke. Nee. Ungepflegter Junge. Was hast du da? Es ist Maustrene, ein Geisterschiff, das den Ozean unsicher macht und auf der Suche nach Vergeltung ist. Okay, und die Quelle der Ehre. Fantastisch. Hä? Er ist ein Händler sogar. Auch ein Händler. Oh, wer noch? Der Spirios-Händler. Gerne, seh dich. Wahrscheinlich bist du viel zu teuer. Oh, Haus Spirios-Emblem. Werde dieses Emblem in deinem Schiffshändler-Haus, um es auf deinem Schiff anzuwenden. Durchdringender... Nee, durchdringer von Morgensonne. 11.000. Oh, Wassertank. Äh, Lufttank meine ich. Wassertank. Ja, wir brauchen einen Wassertank. Einen Wassertank, um hier Luft schnappen zu können. Wasser schnappen. Ihr wisst schon. Nee, hab ich jetzt das Geld noch nicht und ich möchte auch nicht hier eintauschen, weil das ist viel zu teuer. Die Quellen-Fremdführer, hast du irgendwelche Karten? Selbstverständlich. Die sind ja alle besucher kostenlos. Ja, ich merk's schon. Eine Karte an der versunkenen Küste. Kostenlos, ne? Ja, ja. So. Was sagst du denn? Wer bist du? Ach, hell. Äh, du gehst also? Du, nicht so, als wäre das kein kurzfristiger Deal gewesen. Aber weißt du was? Deine Crew ist in Ordnung. Bist du ein Matrose? Hab ich etwas in die Segelei hineingeschnuppt? Was? Ich habe etwas in die Segelei hineingeschnuppt, aber Dinge mit Torpedes in die Luft zu sprengen macht doch auch eine gewisse Zeit Spaß. Wer verlässt uns jetzt? Was machen wir denn jetzt? Oha. Das hier sieht nicht so nett aus irgendwie. Jetzt ist er weg. Wir haben keinen Torpedo-Offizier mehr. Was ist da denn los? Das ist doch scheiße. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, nein, nein. Oh nein. Ah, du Schwein. Die Morgenträne. Mann, oh Gott. Ne, sag mal. Oh, schön. Oh, nö. Die ist ganz schön schnell. Ah, du Mistvieh. Ah, du Mistvieh. Hab sie. Ei, 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 ei. Wo ist die denn hin? Warum schießt die so davon? Das geht's ja gar nicht, Leute. Captain, Hilfe. Was denn? Ah. Alles in Stress jetzt, bitte. Captain scheint sehr besorgt zu sein. Captain, bitte dieses Schiff. Der letzte Treffer hat einen der Träger verschoben. Dieser Träger, diesen Träger nicht bewegen. Wenn du das tust, wird er verbluten. Was? Aber Jay. Hä? Könntest du vielleicht etwas schneller machen? Cat, halte den Träger ruhig. In der Nähe liegt ein Stadt namens Burcton. Bringst du auch so schnell wie möglich hin. Was, wenn wir das nicht rechtzeitig schaffen? Nicht nachlassen, Matrose. Oh nein. Oh nein. Wir müssen schnell... Wo ist jetzt hier? Oh Gott. Komm, erstmal nochmal ein Checkpoint abholen. Und ein bisschen Luft eventuell. Ja, wir holen ein bisschen Luft. Ah. Ah. Oh, leer. Die Spannung. Unglaubliche Spannung hier. Ja, wie gesagt, das will ich mir später. Vor allem dieser Torpedo, der ist, glaube ich... Wahrscheinlich jetzt noch nicht so nützlich, finde ich. Oh Gott, nein. Die schießen wieder die ganze Zeit. Ich mag das nicht. Träger ruhig halten. Captain, er sieht so blass aus. Was, der Träger? Sag mal, spinnt ihr ein bisschen? Die Motoren brauchen mehr Leistung. Da ist es. Ich bin der Captain, der fühlt sich schon kalt an. Ernsthaft, sag mal, spinnt ihr? Neue Landkarte in der Landmarke. Birchton. Das ist Träger, das ist kein Mensch. Oh Gott. Rette Gregory. Ach so, es war doch ein Typ. Oh nein. Was haben wir da? Whalers. We're Whalers on the Moon. Oh, wir sollten Hilfe finden. Ich brauche etwas Hilfe. Ach du Scheiße. Der ist aufgespießt. Ich bin kein Arzt. Oh, das sieht schlimm aus. Mir egal, was du bist, bring es jetzt zu deinen Ärzten. Sonst verhafte ich dich wegen Bruch des hypokritischen Eids. Äh, wie bitte? Was soll der ganze Lärm? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Jay? Was ist passiert? Du da, wir bringen die Kalle nach oben. Wird gemacht. Rosie, du kannst ihm bestimmt helfen. Ich kann nichts versprechen, aber wir tun unser Bestes. Oh no. Der arme Kerl. Oh, was ist das? Captain Amoulette. Wann denn denn? Oh man, was sind die denn jetzt? Hallo. Der Lärmling scheint sich für Jade zu interessieren. Hey, bist du nicht? Ja? Wow, ich bin mit Geschichten über deine Karriere aufgewachsen. Was ist mit dir passiert? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Oh genau, dein verletztes Crewmitglied. Tut mir leid. Tut mir leid. Da hatten wir schon. Cat, beruhige dich. Hey. Hey. Was machst du da drin? Denn hoffentlich rettest du sein verdammtes Leben. Geh sofort von dieser Tür weg, Junge. Lady. Oh, die machen sich alle Sorgen natürlich. Was ist die denn? Verdächtiger Matrose. Du bist also mit dem angespannten Typen, mit dem verwunderten Crewmitglied befreundet. Mit wem, Jay? Er ist gar nicht so übel. Gehörst du zu seiner Crew? Bleibst du in der Gegend? Äh, ja. Nur solange Gregory so krank ist, aber wir sind auf einem echt großen Abenteuer. Kopfgelder einsacken? Ein bisschen vielleicht. Äh, also wer bist du eigentlich? Ich wollte dir noch einen Drink. Oha. Leute, da belauscht uns jemand. Das finde ich gar nicht gut. Wie ist da? Leise zuhören. Tu wieder Meeresspiegelanstieg, um das Land für sich zu beanspruchen. So übergeben auch wir diesen jungen Mann wieder dem Wasser. Mit ihm schicken wir die Bitte, dass er sicher durch den endlosen Korridor zu seinem nächsten Leben geleitet wird, um sich mit der Tiefe zu vereinen und eins mit dem großen Ozean zu werden. Oh nein. Gregory ist tot. Hat es noch andere Angriffe in der Nähe gegeben? Berichten zufolge wurde ein Geisterschef in der Nähe gesehen. Ein U-Boot, das vor mehr als zehn Jahren verschwunden sein soll. Warum ist es jetzt gerade zurück? Annabelle Kramer, willst du dich uns anschließen? Was? Ich soll für dich arbeiten? Ja, okay. Nee, du bist nicht wirklich tauglich. Ich möchte handeln. Nein, erst mal mit Kat reden. Nein. Kat ist betrunken. Das ist alles meine Schuld. Ich habe ihn überredet, auf diesem Schiff zu bleiben. Er war dort, weil ich gesagt habe, er soll bleiben. Er konnte für sich selbst entscheiden, Kat. Aber ich. Du sollst nur die Morgens-Träne dafür verantwortlich machen. Du solltest, ja. Und dann trage ich alle Schuld. Morgens-Träne. Ich verstehe dich. Jay? Oh, Jay ist auch getrunken. Weißt du, du bist ein guter Matrose. Bleib so, wie du bist, okay? Wie viel haben wir schon getrunken? Nicht genug. Barkeeper, mehr Bier. Das höre ich gern. Oh nein. Möchte handeln. Genau. Ich mache gerne um hier. Zeig. Ach, der gibt mir auch wieder nicht so viel für den Kram. Das finde ich immer so ein bisschen schäbig. Warum seid ihr so schäbig? Oh, Kinder. Warum ist er draufgegangen? Zurück zur Arbeit. Wir brauchen einen neuen Sonar-Offizier. Na toll. Ich weiß, Captain. Ich kann mir schäumat anderen auf Gregorys Platz vorstellen. Die Sonar-Gilde von Spirios ist nicht weit von hier. Mal sehen, ob dort jemand Erfahrung sammeln möchte. Was ist die Morgens-Träne? Das kann nicht stimmen. Die Morgens-Träne war Victors Schiff. Und das wurde vor Jahren zerstört. Victor, er sank mit dem Schiff. Oh nein. Er ist wirklich tot, Leute. Ich habe keinen Sonar-Offizier mehr. Das ist ja schade. Der Typ war ein bisschen seltsam. Aber jetzt war nicht so, dass er unsympathisch war, oder? Schade Schokolade. Ja, ich kann noch nicht mehr scannen. Jetzt hört ihr. Das Geräusch kommt zwar noch, aber ich kann es nicht mehr warten. Alles hier. Was ist das? Ist das die Gilde? Abtauchen. Oh, da ist was. Na ja, da sieht es auf jeden Fall so aus, als wäre da ein Speicher. Die Musik ist doch wunderschön gerade. Oh, shit. Ah. Wir gehen von Morgensonne. Was soll das denn? Habt ihr das gesehen? Das war ein Kamikaze-Käfer. Oh, yes. Jetzt wird es euch. Oh, man. Der arme Gregory. Na gut, wir wollen mal sehen, wo es hinführt. In dem ist auch noch was. Die sind immer feindseliger hier, die... Oh, nein. Oh, ich sehe dich schon. Du willst angreifen, ne? Warum kann ich den nicht anvisieren, bitte? Ist Cat noch ein bisschen abgelenkt, oder was? Ne, jetzt mal ernsthaft. Was macht denn Cat? Ach, die hat keine Crew. Könntest du schon weitermachen? Es fühlt sich nicht richtig an, Greg, einfach so zurückzulassen. Hätte ich die Kanonen doch bloß schneller nachgeladen. Ja, ich wollte gerade sagen, mach doch mal. Äh, Wahrnehmung und Stärke. So, alles klar. Oh, man. Ich kann ihn nicht anvisieren, ohne meinen Sonaroffizier. Das geht's doch gar nicht. Ich hab's doch keine Chance. Oh, nein. War schon der Nächste. Ach, Kinder. Nee, nee, nee. Das ist doch unglaublich. Da hab ich einen. Jawoll. Beide erwischt. Ohne so richtig anvisieren zu können. Schön. Hat ja doch irgendwie funktioniert. Aber jetzt wird einem halt erstmal bewusst, wie wichtig solche Typen sind hier an Bord. Weil jetzt nicht auch vom persönlichen Aspekt her, weil das klare Kerle waren und nett und alles, aber... Das ist wichtig, eine vollständige Crew zu haben. Sonst wird man hier ganz schnell untergehen. Nein. Ach, mach doch jetzt. Na, mach mich so ein Mist jetzt, bitte. Und ich weiß leider nicht, wo ich lang muss. Äh, ein bisschen blöde jetzt. Ohne Scannen, vor allem wird's hier ganz schnell. Ungemütlich. Oh, das ist aber ganz schön was los hier. Kelly Fischer, wirst du dich als Art schließen? Bin ich zu sehen, Captain. Oh, 3000 kostet sich. Ach, das ist unser, unser Dings hier. Geil. Stimmt ja, warte mal, da werde ich da mal was reinpacken. Nee, oder? Ich soll für dich arbeiten? Ja, okay. Ach, du Scheiße. 3-3. Uiuiuiui. Jetzt kommen die ganzen guten Matrosen hier. Mike Kramer. 3-3. Aha. Nee, komm, lassen wir mal. Lassen wir erstmal. Ich brauche Geld. Ich muss das hier aufrüsten. Aber schön zu wissen, dass ich jetzt hier... Ich weiß nicht, wo ich bin. Was der Baum ist, wo in der Morgensonne. Okay. Ah. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, wo es hingeht. Das ist gerade so eine Blindfahrt irgendwie. Oh, warte, da. Da ist was. Eine Kuppel. Ja, wie gesagt, ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo in Piraten reinrutsche. Und dann ist es ganz schlecht mit Kämpfen. Ja, was? Auf jeden Fall kann ich das speichern. Vielleicht ist es ja, wo ich hin will jetzt. Vielleicht ist es das. Oh, das ist ja geil. Eine schöne Stadt. Zwielichtfelder. Oh nein. Ich brauche definitiv einen Navigator hier. Die Zwielichtfelder. Schön. Hab ich hier schon mal. Delikatessenverkäufer. Nur die feinsten Zutaten. Gelbwurz, Weizen, Safran und Vanilleschote. Oh, Ausdauer und Intelligenz. Cool. Willst du dich uns anschließen? Leo Avidan. Oh, der hat Minus in Wahrnehmung. Das ist schlecht. Wir machen das Beste für unsere Spielregionskunden. Jeder meiner Angestatten wurde von einem Kulinar-Experten. Kulinarik-Experten ausgebildet. Wir sind hier noch auf Handelsgut angewiesen, um an unsere Vorräte zu kommen. Ist gut. Cool. Aber jetzt habe ich wieder einen Anhaltspunkt. Zwielichtfelder. Ich mag das, dass man hier die Anhaltspunkte einzeln rauspicken muss und dann... Oh oh. Es ist wieder dieses krasse Riesenschiff. Ich will mich nicht mit denen anlegen, ne? Wisst ihr schon. Oh nein. Die scannen mich schon wieder. Ich bin panisch hier. Haltes U-Boot-Wrack. Seiten geht es weiter. Oh nein. Nicht wieder auf mich schießen, bitte. Komm. Ich habe endlich noch keinen Bedarf. Hey, 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 hey. Oh, nicht reinknallen, bitte. Danke. Wie ihr hier speichert. Oh Gott. Oh, wie die mich aber auch immer abscannen und gucken, was macht der Kleine. Habt ihr eh keine Chance? Ich habe ein Mini-Hu-Boot hier. Ich fahre mich sowieso, wie sich die ganzen Leute da rein quetschen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warte, 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 warte. Wir schießen die ganze Zeit. Okay. Ich finde diese Städte richtig schick. Kuppeln hier unter Wasser. Oh, 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 oh. Stell dir mal vor, da knallt einer voll gegen und die Stadt ist im Arsch. Tja. Naja. Oh, finde einen so nahen Offizier. Was haben wir denn hier? Alison Hostreva. Lang nicht mehr gesehen. Oh, ihr seid es. Du wirst auf keinen Fall auf unser Schiff kommen. Da trinke ich lieber Salzwasser. Du glaubst, dass du entscheiden darfst, wer der befehlshabende Offizier, äh, wen der befehlshabende Offizier anheuert. Kat. Sag nicht Kat zu mir. Du hast gesehen, wie sie das letzte Mal Gregory behandelt hat. Hör endlich auf mit dem Unsinn, du Kugelfisch. Du brauchst einen so nahen Offizier. Ich bin die Einzige hier, die diesen Schrotthaufen verlassen möchte. Aber du, du, du bist so ein riesiger Kugelfisch. Geh dir die Beleidigungen aus. Kat, zurück aufs Schiff. Sie hat hier noch recht. Du und sie diskutieren die ganze Zeit. Unbrauchbar für die Schiffsmoral. Meister Fastier. Hallo. Guten Tag. Ich bin Meister Fastier. Wie kann ich dir helfen? Dein Lehrling Gregory Hudson wurde während eines Hinterhalts getötet. Oh, es kam plötzlich. Es ist traurig zu sehen, dass so ein großartiger Geist von unnötiger Gewalt ausgelöscht wurde. Unnötig. In der Tat. Gregory hat großartige Arbeit als man so nahen Offizier geleistet. Aber da er nicht mehr unter uns ist, brauchen wir einen Ersatz. Möchte jemand seine Kenntnisse in der Praxis testen? Meine Schüler dürften jederzeit zusätzliche Anstellungen entgegennehmen. Frag sie ruhig. Danke. Also. Hör zu. Solltest du das irgendjemandem sagen, vernichte ich dich. Aber Gregory war besser als ich. Und jetzt bin ich in einer Gilde, in der mich alle hassen. Ich muss da raus. Bitte. Ich gebe dir etwas Probezeit. Solltest du nur irgendwelche Probleme bereiten, befindest du dich in der Luftschleuse auf dem Weg nach draußen. Okay, das ist wohl fair. Ja, cool. Ich habe wieder so eine Offizier. Musst du Arbeit? Nicht wirklich, Kumpel. Das neue Mädchen jammer, da längst Pausen los. Hier sein zu müssen. Versuchst du mal bei ihr. Ich suche so eine Offizier von meiner Crew. Bestell mich nicht falsch. Du bist sicher ein guter Matrose, aber ich bin nicht heiß darauf, in See zu stechen, wenn die Morgens Trainer auf der Jagd ist. Alles klar. Also wollen die alle nicht. Hab schon verstanden. Oh, liebe Cat. Hör mal zu. Was ist bloß los mit dir? Was? Du bist ja einfach reingekommen und hast fast ja von Gregorys Tod erzählt, als ob es nichts gewesen wäre. Es ist nie einfach, jemanden zu verlieren. Glaub mir, Offiziere tragen Verantwortung und müssen stark bleiben und den Rest der Crew im Zaum halten. Das solltest du dir zu Herzen nehmen, ehe du Panik an Bord verursachst. Ich sollte jetzt keine Lektion erteilt bekommen. Oh, okay. Na gut, dann schauen wir mal. Intelligenz und Wahrnehmung brauchen wir für sie. Hast ja schon. Haben wir ja was. Was sagt er denn? Wohin jetzt? Man erwartet dich im Spirios Bankettsaal. Ich kam aber nicht mit. Ich hatte in der Vergangenheit ein paar Probleme mit dem Haus. Begib dich zum Bankettsaal. Ich habe aber ganz schön wenig Crew aktuell. Na ja. Okay, da würde ich sagen, erstmal ein Safe Point. Warte mal, wollen wir noch hier. Kommen wir mal ein bisschen um. Das ist bestimmt nicht die einzige Anlegestelle. Ne, ich dachte es mir schon. Die Abenteuer Gilde Spirios Stadt. Da sind da Schiffe. Alles klar, Leute. Ne, ich mache mal Schluss hier. Komm. Nächstes Mal sehen wir uns hier in Spirios ein bisschen um. Das Königshaus sozusagen. Ich bin gespannt drauf. Hoffe ihr auch. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns zu die Luvien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.